Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 298. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hey ho ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxzilla-Folge. Und bei mir ist natürlich, worüber ich mich ganz besonders freue, wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wie ich gerade zu Alexa sagte, als wir so vor Aufnahme-Knopf-Drückung gewesen sind. Und wir beginnen am Anfang, weil du jetzt schon gerade wieder in die Details hinabsteigen wolltest. Wir beginnen einfach am Anfang und am Anfang sagen wir hallo, das ist immer besonders einfach. Und freuen uns dann jetzt die dritte Folge im Juni, beziehungsweise eigentlich die erste im Juni, weil die beiden Mai-Folgen, naja ihr kennt ja das Dilemma. Es wird demnächst besser werden und ihr habt gehört, 298. so um die 300. Folge gibt es dann glaube ich noch eine Ankündigung, die wir machen werden. Also nicht, dass wir aufhören? Nein, natürlich nicht. Wir hören natürlich nicht auf. Nein, 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 sondern ganz andere Dinge, die wir euch dann nochmal etwas ausführlicher beschreiben wollen. Aber das machen wir demnächst. Wir freuen uns erstmal, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zuhört. Und für all diejenigen, die es interessiert an der Stelle, ja, es gibt demnächst auch wieder Ferngespräche. Es hat ein paar persönliche, private Ereignisse gegeben, ohne dass ich das ausweizen will. Ein Todesfall im engsten Familienkreis und das sind dann plötzlich Dinge, die man organisieren muss und um die ich mich kümmern musste. Die sind dann nicht geplant und zack, sind alle wieder, also sind wieder alle Pläne irgendwo in eine ferne Umlaufbahn geschossen worden. Aber bei all dem unschönen, traurigen, schwierigen ist es am Ende. Jetzt, wo wir hier sitzen, in unserem schönen Studio in Bavaria. Im Studio 1. Im Studio 1 in Bavaria sind wir gerade ganz froh und happy und haben großen Spaß, euch etwas Interessantes zu erzählen. Und das trägt auch. Insofern vielen Dank, dass ihr zuhört und vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Und an alle, die uns Nachrichten gesendet haben, dass ihr das mögt, was wir machen. Mal einfach vorne weg. Mache ich es sonst immer am Ende, vielleicht hören es dann gar nicht alle. Und jetzt aber auch genug des Rumgelabers, denn du hast eine Geschichte herausgesucht und dann können wir alle wieder mal raten, ob sie stimmt oder nicht. Ich weiß es heute auch wieder nicht, weil du da nochmal gewechselt hast hin und her. Ich bin sehr gespannt. Die Story der Woche Ja, die heutige Story passt in die Reise- und Urlaubszeit. Gerade Menschen, die Fernreisen machen und Hotels besuchen, werden sich da eventuell wiederfinden. Also ich persönlich hatte von dem, was ich euch gleich erzählen werde, noch nichts gehört. Aber vielleicht ja der eine oder andere oder die eine oder andere da draußen. Los geht's. Es geht um eine Anzeige, die sich mit Tipps und Tricks des Hotellebens beschäftigt. Und diese Anzeige, die im Netz rumgeistert seit einiger Zeit, besagt, dass man sein Gepäck sofort, wenn man in ein Hotelzimmer kommt, am besten in die Badewanne stellt. Also Frage Nummer eins wäre, gibt es diese Anzeige, die im Netz rumgeistert und soll man wirklich, ist es wirklich eine gute Idee, sein Gepäck in die Badewanne zu stellen, wenn man in ein neues Hotelzimmer kommt, nachdem man eingecheckt hat. Ich lasse das jetzt einfach mal so hier stehen, nicht in der Badewanne, sondern im Raum. Und ihr könnt ja mal überlegen, im Laufe dieser Sendung, ob das Sinn macht und wenn ja, warum nicht. Und dann sprechen wir uns am Ende einfach wieder und ich erzähle euch, was es damit auf sich hat. Ich würde jetzt eigentlich ja wahrscheinlich wie alle 50 Trillionen Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen fragen, warum soll ich es in die Badewanne stellen, aber dann würde ich wahrscheinlich so viel der Story weghören. Es hängt alles mit allem zusammen. Um Gottes Willen, ich kann schon wieder nicht mehr reden. Insofern schenke ich mir jetzt mal diese Nachfrage, die ihr auch alle da draußen haben werdet. Ja, let's go with the hoax mistress on this. Vertraut mir. Am Ende macht alles Sinn. Oder auch nicht. Ich drücke mal hier auf Stopp und dann machen wir gleich einfach weiter. Thema der Woche. Was ihr gerade nicht gehört habt, war mein Magen, der entweder mich oder die Hoax Mistress oder hier alles im Studio angebrüllt hat. Deine Magenmaschine ist gerade angelaufen. Ich glaube, ich muss nachher mal was essen. Das Thema der heutigen Sendung wollte ich, glaube ich, das allererste Mal vor fünf oder sechs Jahren schon machen. Und immer wenn ich das angesprochen habe. Das stimmt nicht, so lange ist das nicht. Doch. Damals hast du auch schon gesagt, glaube ich, dann immer kürzer werdenden Intervallen. Und dann hat die Hoax Mistress immer gesagt, ja, aber da muss ich so viel lesen. Das ist jetzt ganz schön peinlich für mich, was du da gerade verrätst. Nein, das zeigt ja nur, dass du dich immer sehr gut vorbereiten möchtest. Und jetzt war es dann so weit, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir das Thema. Und dann waren wir an dem Moment, dass wir gesagt haben, kann man jetzt eigentlich noch sagen, der Schachtürke. Ist das eigentlich jetzt nicht den türkischen Mitmenschen gegenüber beleidigend? Ist das nicht abwerten? Was ist denn überhaupt mit dem Begriff etwas Türken? Da gibt es ja Stimmen, die behaupten, das kommt von diesem Schachtürken. Und natürlich fangt ihr jetzt schon in dem Moment, wo ihr die Folge im Podcatcher gesehen habt, anzutippen, dass man diesen Begriff gar nicht mehr benutzen darf. Doch. Fangen wir mal damit an. Aber doch. Nach allem, was wir recherchiert haben, kann man den Begriff Schachtürke verwenden. Denn wir müssen uns natürlich hier das Ganze etwas zeitgenössisch mal anschauen. Und alle Konnotationen von etwas Türken, etwas Fälschen oder sonstige Dinge waren damals gar nicht existent. Sondern es geht um einen, für alle, die ja gar nicht wissen, um was es geht, es geht um einen Schach. Einen mechanischen Schachspieler, entwickelt von Herrn von Kempelen. Genau. Ein Wiener Hofbeamter war das, der Herr von Kempelen. Und der hat quasi einen sehr, sehr frühen Schachcomputer, aber mechanisch, also nicht Computer, sondern mechanisch eben, einen Automaten entwickelt. Im Jahr 1769, also ausgehendes 18. Jahrhundert, aber 69 ist halt noch ein bisschen hin. Also könnt ihr euch einordnen. Und er hat, das war halt so ein, ich sag mal, so eine fahrbare Truhe erstmal per se mit so ein paar Klappen. Und an dieser Truhe angebracht war eben ein mechanischer Oberkörper, also eines Menschen. Und dieser mechanische Oberkörper hatte das Erscheinungsbild eines, ja, eines Türken oder eines Osmanen, wie man ihn sich damals vorgestellt hat im Westen. Und das war etwas, Alexa, was eher jetzt nicht abwertend oder komisch gemeint war, sondern eher etwas, weil das eine Mode der Zeit war, etwas Faszinierendes. Ja, also alleine schon über das Verhältnis zum, also man muss ja dann sagen zum Osmanischen Reich, also das Verhältnis des, das Verhältnis Europas zum Osmanischen Reich und zu allem, was türkisch war, ist sehr, sehr zwiespältig im 17. und im 18. Jahrhundert. Es geht schon eigentlich damit los, dass man immer davon spricht, es sei die türkische Mode oder die Türken-Mode im 17. und 18. Jahrhundert. Und da verkürzt man eigentlich schon, weil das Osmanische Reich nicht nur türkisch ist. Insofern ist das natürlich eine ganz verengte, sehr, sehr europäische Sicht auf das Osmanische Reich. Und wie gesagt, sie ist sehr zwiespältig. Denn die im 18. Jahrhundert, als also diese Türken-Mode aufkommt und alles total trendy ist, was mit der Türkei und dem Orient zu tun hat, ist die zweite Türken-Belagerung von, oder die zweite Belagerung durch das Osmanische Reich der Stadt Wien von 1683 noch gar nicht so lange her. Damals hatte man zu Recht sehr, sehr große Angst eben vor diesen Truppen. Und das war also eine relativ ernste Geschichte auch, obwohl sich da auch sehr, sehr viele lustige Anekdoten um diese Belagerung ranken. Allein darüber könnte man jetzt schon wieder ein eigenes Thema aufmachen. Aber am Ende kann man dieser Belagerung entgehen. Also die Stadt Wien kann sich erwehren. Es gibt dann die Schlacht am Kahlenberg und so weiter. Und man entkommt also dem Osmanischen Reich und den Truppen und feiert den Sieg. Und aus dieser Angst, aus dieser Faszination des Grauens, jetzt schon fast, wird eine regelrechte Begeisterung, die aber eindeutig geprägt ist durch den Blick der Sieger. Das heißt also, man guckt da wirklich mit den Augen der Siegreichen drauf und nimmt sich fortan aus diesem Kulturbereich das, was man irgendwie ganz cool findet, heraus. Färbt es auch ein bisschen europäisch ein und sagt dann jetzt, das ist unsere neue Mode. Also es bricht eine regelrechte Türkenbegeisterung aus. Türkischer Kaffee, Speisen, es werden türkische Feste gefeiert sogar am österreichischen Hof, türkische Hochzeiten. Also alles muss irgendwie so das Ambiente haben. Der Orient ist total im Trend. Man denke einzig und alleine zum Beispiel an Mozarts Oper Entführung aus dem Serai, wo natürlich genau dieses Thema, diese Faszination wieder zum Tragen kommt. Und ja wirklich so eine Exotik auch an den österreichischen Hof bringt, die man vielleicht sonst nicht hatte. Und was aber an der Oper zum Beispiel schon wieder besonders ist, ist, dass dieser Blick der Sieger ein bisschen damit ersetzt wird, mit so einer gewissen Menschlichkeit, die bei Mozart ja durchaus immer mal durchkommt. Also der türkische Herrscher, der da dargestellt ist, der ist recht positiv dargestellt als weise und gut und am Ende siegt die Menschlichkeit und alles ist schön und man verträgt sich. Und das ist dann schon ein bisschen was anderes als die Tradition bei Reiterspielen auf die Nachbildung türkischer Köpfe einzustechen vom Pferd aus. Und insofern ein frischer Hauch der Menschlichkeit, der dann irgendwie so diese Türken-Mode durchweht. Also kurzum, es kommt nicht von ungefähr, dass der Herr von Kempelen sagt, ich mache jetzt den Schachspieler so, wie ich ihn dann halt der Mode nach gestalten möchte. Ich lasse meinen Automaten eben türkische Gewandung und einen Turban tragen und bringe damit einen weiteren Hauch der Exotik an den österreichischen Hof, wo er dann ja vorgestellt wurde. Sicherlich auch etwas, was da auch mit hineinspielt, war so dieses magisch-mystische, was ja natürlich dem Osmanischen Reich dann auch nachgesagt wurde. Man hat sehr wohl gesehen, dass es gute Naturwissenschaftler gab, da wurde ja sehr viel geforscht im Osmanischen Reich, da hat man sich auch daran orientiert. Und sagen wir es mal so, Turban und Fez und dann einen Mantel diesem Schachautomaten aufzusetzen und dann auch einen Schnauzpart, das war halt ein Eyecatcher. Ja, wenn der jetzt ausgesehen hätte, der Schachautomat, wie der normale, in Anführungsstrichen, was auch immer das dann sein mag, Wiener Bürger am Hofe, dann wäre das auch interessant gewesen. Aber so hat er natürlich sofort einen gewissen Show-Effekt gehabt und ganz interessant, werden wir uns dann noch ein bisschen mehr auf die technischen Details dann hinterher konzentrieren. Das Fez, also dieses rote Ding, hatte auch eine Funktion tatsächlich noch, die notwendig war. Das konnte man natürlich durch so ein Fez super gut verstecken in diesem Automaten. Also alles so Komponenten und jetzt haben wir das jetzt beschrieben, haben es eingeordnet und können auch nochmal einmal vorweg nehmen, dass wir ahnen es, 1769 war man natürlich nicht in der Lage, einen mechanischen Automaten zu bauen, der dann nahezu alle weltbesten Schachspieler besiegt hat. Sondern da war natürlich was faul an der Nummer. Wer jetzt stutzt da draußen auf die Automaten im 18. Jahrhundert und ja, so die Begeisterung dafür auch und was können sie und was können sie nicht, gehen wir später nochmal ein. Genau. Also und dann gibt es jetzt inzwischen, wenn man in so etymologische Herleitungen hineinschaut, häufig die Herleitung, naja, wegen des Schachtürken ist der Begriff, dass man etwas türkt. Und kommt daher, also nicht ganz offen sein, nicht ganz ehrlich sein, schummeln, so dieser Begriff des Türken und da ist man sich aber überhaupt gar nicht einig in den Sprachwissenschaften, ob das stimmt. Es gibt Leute, die sagen, ja, das macht natürlich Sinn. Wir müssen aber auch nochmal schauen, dass zu der damaligen Zeit und auch später dieser Betrug, der das ja eigentlich war. Du hast es noch gar nicht gesagt, genau, aber das können wir sicherlich gleich nochmal beschreiben. Doch, sie haben es natürlich, ich habe ja schon gesagt, der Automat hat es natürlich nicht von alleine gekonnt. Dieser Betrug, der ist ja so gar nicht wirklich richtig groß medienwirksam aufgeklärt worden, sondern das waberte dann irgendwann und irgendwann verschwand der Schachtürke so aus der Weltöffentlichkeit dann auch wieder. Er ist dann auch später zerstört worden, all diese Aspekte natürlich, sodass es gar nicht so den großen Knall gab, wo man das dann aufgedeckt hat, dass das eben kein sehr, sehr kluger Automat war. Also er hat die zeitgenössischen Menschen schon arg beschäftigt, also es haben viele herumgerätselt. Wie hat er das denn gemacht? Vielleicht können wir mal ganz kurz beschreiben. Also es gab Vorführungen am Hof von Maria Theresia. Der Schachspieler hat tatsächlich Partien, also wenn eine Partie von einem menschlichen Gegenspieler eröffnet wurde, hat der Schachspieler reagiert, hat eine Figur genommen, hat sie aufs Spielbrett gesetzt und hat wirklich Züge vollführt. Ein bisschen weiter entfernt stand der Herr von Kempelen herum und hat ab und zu dann mal den Automaten aufgezogen wieder und er hat auch, wenn die Leute Interesse hatten, also wenn das Publikum geneigt war, mal die Türen vorne aufgemacht. Es gab da drei Türen in diesem Kasten, der ja zu diesem Automaten gehörte und da sah man dann auch eine Mechanik. Und insofern war das schon beeindruckend für die Menschen. Also die waren das natürlich gewohnt, dass die Automaten der Zeit nicht einfach wie heutige menschlich aussehende Roboter, wie du und ich sozusagen irgendwie reinlaufen in einen Raum selbstständig und sich dann hinsetzen an ein Schachbrett, was da irgendwo auf dem Tisch steht. Sondern der war halt gebunden an so einen Riesenkasten. Also man merkte natürlich schon, dass da eine Mechanik dahinter sitzt. Das war auch durchaus gängig zu der Zeit, was Automaten angeht. Aber wie er das dann genau gemacht hat, das hat die Leute arg beschäftigt und zwar sehr, sehr viele. Auch in den späteren Jahren bis hin zu Edgar Allan Poe, der dann einen ganzen Aufsatz darüber geschrieben hat, was wohl dahinter stecken muss. Lass uns nochmal die Szenerie ein bisschen malen. Also tatsächlich Wolfgang von Kaplan ein guter Mechaniker, begnadeter Mensch, der dieses Gerät gebaut hat. Und wir müssen uns jetzt also vorstellen, bei der Premiere hat man den Saal am Hofe von Maria Theresia etwas verdunkeln lassen, Kerzen leuchteten. Und dann wurde diese große Truhe, an der eben der Schachtürke befestigt war, die hatte unten noch Rollen, in den Saal hineingerollt. Und der Herr von Kaplan hat dann gesagt, wer sich denn für einen guten Schachspieler hält und der sollte jetzt diesen Automaten herausfordern, diesen Schachtürken. Du hast schon beschrieben aufziehen, das war also eine Kurbel an der Seite. Der Herr von Kaplan hat das dann aufgezogen. Dann machte diese ganze Apparatur auch Geräusche. Also es klang so, als ob innen drin ja ein Uhrwerk, Zahnräder am Arbeiten waren. Und so ganz genau findet man jetzt nicht in allen Quellen, aber so um die alle zehn, elf Züge musste dann der Herr von Kaplan wieder an diese Kommode herangehen und dann wieder an dem Rad drehen. Das hat sich also immer wiederholt. Und er hatte einen zweiten Kasten bei sich, in den er hineingeschaut hat. Und dieser zweite Kasten war aber mit nichts verbunden mit dem Hauptgerät und er hat auch immer relativ weit weg von dem Schachtürken im Saal gestanden. Also das ist so die Szenerie. Und der Schachtürke selber hat dann immer unter Rattern der Zahnräder tatsächlich einen Arm, den konnte er bewegen. Der lag auf einem Kissen, der ist dann immer hochgegangen und hat dann die Schachfiguren bewegt. Und wenn er eine andere Figur geschlagen hat, hat er also erst die Figur, die er geschlagen hat, vom Schachbrett heruntergestellt und hat dann seinen Zug vollführt. Die andere Hand, da hat sich der Arm nicht bewegt, da war er aber durchaus in der Lage, wenn der Zug des Gegenspielers zu lange dauerte, konnte diese Hand auf diese Kommode drauf tippen, sodass er etwas Ungeduld äußern konnte. Und der Schachtürke war in der Lage, den Kopf zu drehen und konnte auch die Augen bewegen. Also auch diese Mechanik war eingebaut in das Gerät. Und in der ersten Version des Schachtürken oder in der ursprünglichen Version war es dann so, dass wenn der Schachtürke Schach geben wollte, konnte der Kopf zweimal nicken. Und bei Schachmatt hat dann der Schachtürke dreimal mit dem Kopf genickt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lasse mich auch heute noch gerne so von Animatronics faszinieren. Ich finde das total spannend. Ich gehöre noch zu der Generation, die diese ganz alten Disney-Attraktionen mal gesehen hat. Also diese Pirates of the Caribbean, die wirklich halt als Puppen da irgendwie ihre Szene abspulen. Ich fand das also nicht nur als Kind, sondern auch als Teenager und später total faszinierend, einfach diese automatisierten Abläufe alleine schon zu sehen. Weil ich finde, unser Kopf macht da sein Übriges. Also die Fantasie gibt dann nochmal einiges dazu und wir möchten gerne, dass diese Gestalt, die wir da vor uns sehen, eben menschlich ist. Und erst recht, wenn sie dann natürlich auch noch so Emotionen zu vermitteln scheint. Also wie du beschrieben hast, dieses Trommeln auf dem Tisch vor Ungeduld und ein Nicken oder Kopfschütteln oder wie auch immer, oder die Augen bewegt. Dann möchten wir halt gerne, dass das besonders menschlich ist und lassen uns wirklich gerne dadurch faszinieren. Und wie muss das dann erst auf ein Publikum im 18. Jahrhundert gewirkt haben, das ja ohnehin fasziniert war von den mechanischen Errungenschaften der Zeit. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das die Leute wirklich hoch motiviert hat, mal zu gucken, was dahinter steckt. Und die absolute Attraktion war, die ja dann von Maria Theresia auch auf Tour geschickt wurde. Genau, also wir müssen nochmal sagen, neben all dem, was wir gerade beschrieben haben, konnte dieses Gerät unfassbar gut Schach spielen. Das heißt auch wirklich Menschen, die gute Schachspieler waren, auch nachgewiesenerweise gute Schachspieler, haben verloren gegen den Schachtürken. Es gab dann einen französischen Schachgroßmeister, den hat dann der Schachtürke nicht geschlagen, da hat er mal verloren. Da hat man aber auch gesagt, gut, das ist jetzt wirklich ein Spieler besonderer Qualität, gegen den der Schachtürke antreten musste. Also das kam ja noch zu diesem künstlichen Wesen hinzu, dass der auch noch unfassbar gut Schach spielen konnte. Und ganz wichtig ist, dass von Kempelen immer gesagt hat, es würde sich um einen mechanischen Trick handeln, das hat er immer gesagt. Genau, er ist nicht hingegangen und hat gesagt, ich habe hier einen Androiden gebaut und habe ihm Leben eingehaucht und ich bin jetzt Gott der Schöpfer und so weiter. Also das natürlich nicht immer, aber die Leute wollten es halt auch nicht hören. Also die Legendenbildung war da schon mit am Werk. Genau und nachdem das bei dieser Premiere natürlich stattfand, haben dann die Leute gesagt, naja klar, große Truhe, total unförmig, da sitzt halt einer drin. Und dann kommen wir zu dem, du hast es ja gerade schon einmal beschrieben, dass vorne drei Türen waren, unten war eine Schublade, da lagen die Schachfiguren drin. Und von Kempelen ist dann natürlich hingegangen, hat dann eine Tür aufgemacht, dann sah man die Zahnräder, die sich bewegt haben, hat gesagt, hier ist nichts, hat dann die Tür wieder geschlossen, hat die nächste Tür aufgemacht. Und da sah man dann so Seilzüge hinter den anderen beiden Türen, sodass er also nacheinander diese Türen geöffnet hat. Und die Leute, die natürlich jetzt geglaubt haben, gut, Taschenspielertrick, da liegt unten einer drin in der Kommode, waren dann sehr, sehr überrascht, weil er natürlich die Türen aufgemacht hat, zum Teil mit einer Kerze sogar reingeleuchtet hat. Weil dann Leute gesagt haben, Spiegeltrick und solche Geschichten, aber da war keiner. Und das hat die Menschen natürlich nachhaltig beeindruckt und das hat dann dazu geführt, du hast es gerade schon gesagt, dass von Kempelen dann ja sogar auf Tournee ging mit diesem Schachtürken. Zunächst in Europa war er unterwegs und war dann in Paris und in London und später dann 1780er Jahren hatte er dann auch noch eine Sprachmaschine entwickelt, also tatsächlich ein Gerät, was menschliche Sprachen nachmachen konnte, so wird es beschrieben. Und das konnte dann sogar Schachsagen, das war dann sozusagen ein Ergänzungsgerät zu diesem Schachtürken. Und ja, die Leute waren natürlich vollkommen beeindruckt davon. Dann verstarb von Kempelen und ein Mann namens Melzel kaufte dann das Gerät und ist damit dann sogar in die Vereinigten Staaten von Amerika gereist. Und dann ist es so, dass wir hinterher Geschichten erleben oder erzählt bekommen, dass sogar Friedrich der Große in Potsdam gegen den Schachtürken gespielt hat, verloren hat und dann so beeindruckt war, dass er dann so viel Geld geboten hat, dass er die Maschine dann kaufen konnte. Die sollte dann im Potsdamer Schloss in einem Nebenraum gelagert worden sein und dann später soll sogar noch Napoleon gegen die Maschine gespielt haben. Angeblich Napoleon, ein riesen Schachfan, wurde ihm nachgesagt und es wird dann berichtet, dass Napoleon die Maschine, den Automaten, Maschine war es ja, es war eher ein Automaten, testen wollte und absichtlich falsche Züge durchgeführt hat, die ihm einen Vorteil natürlich verschafft haben. Und es wird dann berichtet, dass bei einer dieser Gelegenheiten der Schachtürke dann, nachdem Napoleon da wiederholt komische Züge gemacht hat, mit dem Kopf geschüttet hat und dann mit seinem Arm alle Spielsteine vom Spielbrett gefegt haben soll und das soll Napoleon dann nachhaltig beeindruckt haben. Ja und diesen Teil, der, man muss ja sagen, es ist eine Legende, auch wenn es in vielen, vielen Quellen auch heute noch kolportiert wird, bis hin zur Nachstellung dieser Schachpartie, die angeblich in Wien stattgefunden hat von Napoleon gegen den mechanischen Schachspieler. Das finde ich dann insofern bemerkenswert, weil der mechanische Schachspieler von Campbell damit nochmal eine Schippe Menschlichkeit obendrauf kriegt. Also Napoleon macht merkwürdige Züge und bringt damit den mechanischen Schachspieler, den Automaten dazu, die Nase voll zu haben und die Spielfiguren vom Brett zu wischen. Und es ist schon fast schade, dass es dafür halt zwar eine Quelle gibt, aber die nicht wirklich verlässlich ist. Also es gibt wohl einen ehemaligen Diener von Napoleon, der in seinen Memoiren eben lang und breit von dieser Partie berichtet. Ein Historiker, der aber tatsächlich auch in dieser Richtung forscht und gerade was die Zeit in Potsdam angeht, da auch tatsächlich die Quellenlage gut zu kennen scheint. Der sagt aber, das hat nie stattgefunden, das ist wirklich Teil der Legendenbildung. Wir werden euch diese Quelle auch mal verlinken. Und da muss man halt wirklich sagen, es stehen verschiedene Quellen aneinander gegenüber. Ich halte es, ja ich kann es nicht sagen, also es ist natürlich möglich, dass dieser ehemalige Diener in seinen Memoiren das sich einfach ausgedacht hat. Vielleicht auch um seinen Herren gut dastehen zu lassen. Der schlaue Napoleon, der den mechanischen Schachspieler aus dem Konzept bringt, das macht sich ja eigentlich auch ziemlich gut. Genau, der Historiker, den du siehst, das ist ein Artikel aus der Märkischen Allgemeinen, die Geschichte des Schachtürken und wie er angeblich nach Potsdam kam, heißt der Artikel, den werden wir euch natürlich verlinken. Der Historiker ist Jürgen Lu, der sich dann sogar darauf bezieht, dass das in der Wikipedia drin steht, diese beiden Geschichten. Der sagt aber, bei Friedrich dem Großen eben von Gott gesandt Herrscher, der hätte niemals gegen eine Maschine, gegen einen Automaten gespielt, weil er hätte verlieren können. Und ein von Gott gesandter Herrscher hätte sich diese Blöße gar nicht geben können oder wollen. Zudem habe sowohl Friedrich der Große als auch Napoleon gar nicht Schach gespielt. Und Napoleon soll das Spiel sogar gehasst haben. Das heißt, hier haben wir natürlich so diese Legendenbildung, Roman Napoleon als toller Herrführer, der natürlich dann wie alle Herrführer natürlich Schach spielt. Das Spiel der Könige, natürlich Schlachten planen, da muss natürlich Napoleon Schach gespielt haben. Und der Historiker sagt, da sprechen die Quellen dann, die realen Quellen natürlich eine andere Geschichte. Dass aber so ein Diener seine Memoiren durch solche Anekdoten anreichern wollte, um sich auch ein bisschen wichtig zu machen vielleicht, ist ja durchaus nachvollziehbar. Spannend halt, dass diese Legende um den Schacht Türken bis heute sich halten und auch in die Wikipedia es geschafft haben. Wir selber haben, ich weiß nicht, wie man in der Wikipedia editiert, glaubt uns auch wieder keiner, wenn wir das sagen, aber vielleicht könnt ihr ja mal eine Anmerkung machen, wenn da HörerInnen unter uns sind, die da aktiv sind in der Wikipedia, vielleicht mal diesen Artikel aus der Märkischen mit verlinken, als zumindest eine kritische Quelle zu diesen Aussagen. Was ich aber jetzt noch weiter ausführen wollte, ist, dass wir hier erleben, wie groß die Legendenbildung um diesen Schacht Türken ist. Also das ist natürlich etwas, was wir hier erleben und ich habe es eingangs schon gesagt, diese Legendenbildung so ein ganz bisschen die Realität hinter dem Schacht Türken verschwinden lässt. Und es gibt sogar Artikel im neueren Zeitalters, die sagen, bis heute wüsste man gar nicht, wie das funktioniert hat. Ja und da setzen wir vielleicht auch nochmal an, denn wir haben noch gar nicht wirklich gesagt, was jetzt eigentlich Phase ist. Also du hast es schon beschrieben, der ist dann irgendwann in den USA gelandet, er ist dann leider, nachdem schon Kempel ein lange Tod war und alles vorbei war und aufgeklärt, ist er dann in einem Museum verbrannt, leider. Und man hat dann gemutmaßt und das ist bis heute auch die wahrscheinlichste Variante unter allen, dass da jemand drin gesessen hat. Und das Interessante ist, nicht nur ist es wahrscheinlich so, dass da wirklich ein Schachspieler drin gesessen hat und wie das dann gemacht war mechanisch, ist alleine schon ein Wunderwerk, finde ich, ein Wunderwerk der Technik. Aber die Legendenbildung geht dann eben noch weiter, wenn darüber gemutmaßt wird, wer da so alles drin gesessen hat. Denn nicht mal das ist wirklich belegbar tatsächlich. Es gibt aber Quellen, die sagen, das war doch Schachspieler XY. Das war die Tochter von Kempel. Und auch um diese Menschen, die da drin gesessen und tatsächlich Schach gespielt haben, ranken sich dann wiederum eigene Legenden. Also das ist wirklich so wie Zwiebelschalen, die man da abschälen muss. Und dann kommt man zu einem Kern, den ich aber technisch für die Zeit, in der sie erschaffen wurde, so spannend finde und so gut gemacht, dass das alleine schon faszinierend ist. Ja, also wir werden euch eine sehr schöne gelesene Version von dem Aufsatz von Edgar Allan Poe, Melzis Schachspieler auf Deutsch. Da gibt es einen schönen YouTube-Kanal von jemandem, der Edgar Allan Poe liest und der liest dann auch diesen Aufsatz. Das könnt ihr euch gerne anhören, kann man sich auch sehr schön anhören. Und Edgar Allan Poe war der Erste, der vermutet hat, naja, da wird ein Mensch drin gesessen haben, der das Ganze gesteuert hat. Wir sind dann schon im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert und er hat dann analysiert, dass bei allen Aufführungen die Türen nicht zeitgleich aufgemacht worden sind. Das heißt, quasi als magischer Trick, die erste Tür wird aufgemacht, da sind dann Zahnräder und die Mechanik drin gewesen, die natürlich auch Geräusch gemacht haben. Die brauchte es ja auch, damit die Illusion der Mechanik geweckt worden ist. Dann wurde die Tür zugemacht und es ist dann so, dass, da gibt es schöne Zeichnungen, dann quasi der Mensch, der sich in diesem Kasten befunden hat, so sich hinter diese Zahnräder verstecken konnte, dass seine Beine sozusagen etwas in so einem doppelten Boden drin gelegen haben. Wie bei Magiern. Und natürlich ist das mechanisch à la Bonheur gewesen, was da gebaut worden ist, denn die Schachfiguren waren magnetisch. Das heißt, wenn sie auf dem Schachbrett standen, konnte man von unten sehen, wo die Figuren waren. Da bewegte sich so ein Plättchen oder so eine Feder. Genau, natürlich musste der Schachspieler, der da drin war, jede Bewegung dann auf einem eigenen kleinen Schachbrett, was er hatte, nachvollziehen. Das war ganz wichtig, denn irgendwann hätte er ja sonst den Überblick verloren, welcher Stein auf welchem Feld steht. Also das heißt, er hatte dann auch ein kleines Schachbrett bei sich da unten drin. Und der hatte dann eine Mechanik zur Verfügung, mit der er den Arm steuern konnte. Und damit konnte der tatsächlich wie ein Puppenspieler dann die Steine setzen. Und die Kopf-Augenbewegung und das Klopfen der anderen Hand, so wird es beschrieben, sind dann durch so Seilzugmechanismen möglich gewesen. Das heißt, das war also jemand, der exzellent Schach spielen konnte. Denn das ist ja belegt, dass viele, viele Menschen, die sich für gute Schachspieler hielten, gegen den Schachtürken verloren haben. Und zum Zweiten musste er auch noch ein Puppenspieler gewesen sein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe es schon angesprochen, mit dem Fees. Da war es ja jetzt dunkel drin. Und es war natürlich schwierig, da auch Licht reinzubekommen. Das heißt, es wird vermutet, dass der entweder eine kleine Öllampe oder eine Kerze in diesem Kasten… Weil Kerze schon ziemlich gefährlich wäre, aber gut. Hatte, ja. Und damit der da nicht erstickt drin ist oder verrustet ist, gibt es also dann die Beschreibung, dass in dem Fees so ein kleiner Schornstein eingebaut war, durch den dann diese Dämpfe des Lichtes entweichen konnten. Unten sollen und an den Seiten sollen dann entsprechende Belüftungslöcher gewesen sein. Und trotz allem, auch da, je nachdem welche Quelle man liest, man liest immer, dass die Spielzeit begrenzt war. Mal sind es 30 Minuten, mal sind es 60 Minuten länger, wohl nie, haben diese Vorführungen gedauert. Natürlich, weil dann irgendwann dieser Mensch da auch aus diesem Kasten wieder raus musste. Und das gilt als die wahrscheinlichste Theorie. Es gibt ja auch inzwischen, es gab damals schon, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Nachbauten des Schachtürken. Die gibt es heute auch. Eine Replik steht übrigens in Paderborn, in Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Also der Computerhersteller hat ja dort ein Museum und da gibt es einen dieser Nachbauten. Das Episodenbild auf unserer Homepage ist dieser Nachbau, den wir da sehen. Und es gibt dann auch verschiedene Berichte, wenn man auf YouTube so rumguckt, so amerikanischer Natur, wo es dann auch irgendeinen Magier gibt, der so einen Automaten nachgebaut hat. Und dann sagt, ich sage euch nicht, wie es funktioniert. Und es ist, denke ich, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das inzwischen natürlich mit einer LED-Lampe innen drin natürlich funktioniert, alles ein bisschen einfacher ist. Aber die Grundmechanik natürlich die gleich geblieben ist. Das heißt, bei all dem Drum-Brumm war von Kemperlim ein guter Showmaster sozusagen, der diese Show geliefert hat. Er war ein exzellenter, sagen wir mal, Puppenbauer. Techniker, ja. Techniker und er muss ja nun Kontakt gehabt haben auch zu guten Schachspielern, die diesen Automaten bedient haben. Und all das zusammen hat dann eben im 18. Jahrhundert die Leute europaweit bis nach Amerika hin völlig fasziniert, weil das natürlich meilenweit voraus war den sonstigen Automaten. Jetzt können wir vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Faszination für Automaten eingehen, die man sonst kannte. Ja, also meilenweit voraus insofern, als dieser mechanische Schachspieler tatsächlich mit einem Menschen mithalten konnte und Schach spielen konnte. Also quasi unvorhergesehene Dinge, die nicht einfach programmierbar waren, so ohne weiteres vollführen konnte und sogar so ein bisschen so menschliche Reaktionen zeigte. Es gab aber durchaus zu dieser Zeit und sogar schon ein bisschen früher Automaten, die nicht minder faszinierend waren. Das heißt also, der mechanische Schachspieler von Campbellin ist ganz sicher und so hat es ja auch angefangen, ein Luxusspielzeug für die Reichen und Schönen am Hof von Maria Theresia in dem Fall. Es ist aber nicht das Einzige, sondern die Menschen und erst recht den Adel mit sowas zu faszinieren, das ist schon sozusagen eine Mode, die schon ein bisschen länger andauert. Und wir haben tatsächlich in der Aufklärung und auch dann etwas später in der Romantik so ein Spannungsfeld, wenn es dann um das Verhältnis zu Automaten und Maschinen geht. Denn einerseits ist die industrielle Revolution, die sich ja auch zu dieser Zeit vollzieht, voll mit Licht und Schatten. Also man hat natürlich tolle technische Errungenschaften. Gleichzeitig haben Menschen auch Angst davor, irgendwann, wirklich die konkrete Angst davor, irgendwann nur noch auf der Erde zu sein, um Maschinen zu bedienen. Vielleicht ist das eine Angst, die wir auch heute gar nicht so schlecht nachvollziehen können, keine Ahnung. Also vielleicht hat sich da in der Gesellschaft gar nicht so viel, also technisch natürlich schon, aber in unseren Köpfen gar nicht so viel verändert. Und auf der anderen Seite ist man natürlich vollkommen fasziniert und geflasht davon, was alles möglich ist. Das heißt also, es gibt ein bisschen früher zum Beispiel einen Herrn Vaucanson, der eine mechanische Ente schafft, die fressen kann, trinken kann, die Flügel bewegt und, so wird es immer kolportiert, durch einen chemischen Prozess im Inneren, das was sie gefressen hat, verdaut und auch wieder auf natürlichem, in Anführungsstrichen, natürlichem Wege wieder ausscheidet. Also diese Ente von Vaucanson, die hat es tatsächlich gegeben, da kann man sich auch heute noch Bilder angucken und sogar Fotografien. Das ist eine sehr hübsch gestaltete Ente, die aber auch auf einem riesen Kasten sitzt, der die Mechanik enthält. Das kann man auch alles relativ gut sehen. Und wenn man mal so in die Details geht, dann sieht man halt oder erfährt man halt, dass das mit dem chemischen Prozess und dem Verdauen nicht ganz so gewesen ist. Also die hat schon gefressen, man hat hinterher festgestellt, die hatte so einen Blasebalg im Hals, der dann Unterdruck erzeugt hat und dann sah es natürlich so aus, als ob die irgendwie die Körnchen aufpickt. Und es ist dann etwas ausgeschieden worden, was da halt drin war. Also die hat jetzt nicht einen Magen-Darm-Trakt gehabt, der die Körnchen irgendwie in Entenkacke umgewandelt hat. Das dann doch nicht, aber das war schon super faszinierend. Es hat von den Uhrmachern Pierre und Henri, Louis, Jacquet, Dros oder Dros, ich weiß es jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, wunderschön gestaltete Automaten gegeben, die Klavier spielen konnten zum Beispiel im 18. Jahrhundert. Und insofern waren die Menschen es gewohnt, auch sehr, sehr menschenähnlich aussehende Automaten in Aktion zu sehen, die Pfeife spielen. Das kam auch von Vaucanson, die schreiben können, die wirklich Texte schreiben können, die im Klavier spielen können oder sonst irgendwas, die sogar sprechen können teilweise. Und es gibt so kleine Vögel, also man war sehr gut darin, so Vogelstimmen nachzumachen, offensichtlich mit Blasebelgen. Künstliche Pfauen. Genau, das war auch ganz beliebt, also Taschenspiegel, Aufsätze für Spiegel auf einem Schminktisch sozusagen, wo dann Vögel zwitschern konnten und sich auch bewegt haben und die Flügel bewegt haben. Und das war natürlich jetzt alles künstliches Leben im Grunde genommen, immer so ein bisschen daran angelehnt, aber es war natürlich völlig klar, wenn man sich das heute anschaut, dass es Mechanics waren Puppen mit einer eingeschränkten Funktionsweise, die aber natürlich nur den, ich sag mal, Superreichen, also dem Adel vorbehalten waren. Oder dann eben auf Tour geschickt wurden, damit auch die Normalos mal einen Blick drauf werfen konnten. Aber das war natürlich, genau, aber es war so ein Faszinosum und es war so ein Stück weit, auch die Frage natürlich und das, da sind wir bei René Descartes, dann auch diese philosophische Frage, was ist denn der Mensch, da gab es ja zur damaligen Zeit auch den philosophischen Ansatz, eigentlich wie bei der Industrialisierung, wie du es schon beschrieben hast, sind auch wir Menschen nur Maschinen. Wir müssen nur verstehen, wie die mechanischen Prinzipien des Menschen sind und dann kann man den Menschen nachbauen. Wobei wir Menschen natürlich noch die Seele haben, das ist dann natürlich nicht mehr ganz so einfach, aber der Schachspieler scheint ja, also der mechanische Schachspieler scheint ja auf den ersten Blick zumindest so was wie ein Geist zu besitzen. Und das macht dann natürlich diese zusätzliche Faszination aus, dass wir irgendwie so ein bisschen oder die Menschen damals irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatten, das ist eben nicht nur eine reine Maschine, die man der Natur nachgebildet hat, sondern eben etwas, das einen Geist besitzt und auch Dinge irgendwie vorhersehen kann und entsprechend spontan reagieren kann. Da sind wir natürlich dann schon auf einem anderen Level. Aber dieses Stichwort, gerade Tiere sind einfach nur Maschinen, das war natürlich philosophisch durch Descartes eben wirklich in der aktuellen Diskussion damals verankert. Und eben die, wie du es beschrieben hast, die Frage, wie maschinell sind wir eigentlich selber? Wie funktioniert unser Körper? Ist das nicht auch nur eine Mechanik, die da abläuft, immer nach festen Gesetzen? Und insofern ist das alles sehr, sehr zeitgemäß. In der Romantik haben wir dann gerade bei den Geschichten von E.T.A. Hoffmann wirklich eine sehr, sehr interessante Auseinandersetzung mit der Automaten-Thematik. Gar nicht mal nur bei der Sandmann, wo es ja die Olympia gibt, die vom Helden als ganz normale Frau beschrieben wird und in die der Held sich dann auch verliebt und die er für viel natürlicher hält als seine tatsächliche menschliche Verlobte oder sein Love Interest. Und das ist insofern bemerkenswert, weil alle anderen um diesen Helden herum diese Olympia als Puppe erkennen, als Automaten. Die wird auch immer mit so einem starren Gang beschrieben und so weiter. Und der Held findet dann immer neue Ausreden, warum das trotzdem völlig natürlich ist. Dieses starre Gucken, dieses beschränkte Sprechen und dieser starkste Gang. Und das ist natürlich auch ein Gesellschaftskommentar von E.T.A. Hoffmann. Und dann gibt es noch die Geschichte Die Automate, wo es einen sprechenden Türken gibt, der natürlich, es kommt nicht von ungefähr, auch so ein bisschen inspiriert ist durch den mechanischen Schachspieler von Kempelin. Und da gibt es dann so zwei Ansatzpunkte in der Auseinandersetzung. Einmal durchaus positiv, also der wird als wohlgeraten beschrieben, dieser sprechende Türke. Und einer der Protagonisten ist auch total fasziniert. Und der andere hat halt so eine Skepsis. Also diese künstliche Natürlichkeit nimmt ihn Wunder und verunsichert. Und das sind, glaube ich, die beiden Pole, die sich auch in der Gesellschaft eben abzeichnen. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachbildung, dieses Spannungsfeld zwischen Faszination und Skepsis. Wenn man sich das anschaut, also diese Auseinandersetzung mit Natürlichkeit versus Künstlichkeit, gerade auch in der Kunst, hat man ja nicht erst dort, sondern die setzt sogar schon in der Antike an. Bei Pygmalion, einem Künstler, der gerne möchte, dass die Göttin Venus der Statue Leben einhaucht. Also dieser Wunsch, dem Kunstobjekt Leben einzuhauchen, den haben wir schon in dieser Geschichte. Und der zieht sich natürlich durch die Kunstgeschichte auch hindurch. Aber wir haben natürlich mit den mechanischen und den technischen Errungenschaften der Aufklärung dann nochmal einen ganz anderen Ansatz und einen ganz anderen Level, auf dem sich diese Diskussion vollzieht. Also wer darüber mehr wissen möchte, da können wir euch zwei ganz, ganz tolle Aufsätze von Literaturwissenschaftlerinnen verlinken, die das sehr, sehr schön beschreiben, wie eben in der damaligen Zeit die Diskussion in der Gesellschaft war. Und den aktuellen Stand, du musst mir nochmal ganz kurz helfen, die künstlichen Intelligenzen, die wir jetzt haben, dieses Drei-Buchstaben-Ding, wo wir auch für ein Ferngespräch haben. GPT-3. GPT-3, werden wir euch auch mal ein, zwei Videos verlinken. Da könnt ihr dann nochmal sehen, dass man natürlich bis heute im Grunde genommen daran interessiert ist, den künstlichen Konversationspartner in dem Fall, darum geht es ja bei denen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, zu schaffen. Und abschließend beim Schachtürken finde ich nochmal ganz beeindruckend, eins der ganz beliebten Schachprogramme. Ich kann weder gut Schach spielen, noch mache ich das gerne. Ich kenne die grundsätzlichen Regeln und verliere dann grundsätzlich immer. Aber Fritz als Schach-Simulationsprogramm, so wie ich es mitbekomme, sehr, sehr beliebt. Und ab der Version 9 von Fritz, alle Schachspieler werden das sicherlich kennen, ist dann auch tatsächlich als eines der Spielbretter, die man dann so auswählen kann bei so einem Schachprogramm, auch ein Schachtürke dabei, gegen den man dann spielen kann. Und Fritz ist sehr gut skalierbar, also auch, glaube ich, ein ganz guter Gegner zum Schachspielen. Also man sieht, wie sich da die Tradition dann auch in diese Simulation übertragen hat, sodass man dann jetzt gegen den Schachtürken auch im Computerspiel spielen kann. Was an dem Schachtürken ganz schön ist, ist natürlich dieser gesamtgesellschaftliche Kontext. Das war auch der Grund, warum Alexa gesagt hat, oh Gott, da muss ich immer so viel lesen. Und zeitgleich finde ich daran so schön, haben wir auch bei der Recherche beide gemerkt, denke ich, Alexa und ich, wie viele Legenden in Zeitungsartikeln in der Wikipedia und an anderen Stellen erhalten bleiben, weil es halt so schön ist, weil das Narrativ so toll ist und sogar ein ganz bisschen dabei verdeckt wird, wie der Schachtürke eigentlich funktioniert hat, obwohl man es eigentlich ganz gut nachzeichnen kann. Und es ist ja eigentlich, dass die Faszination für diesen Automaten gar nicht schmälert. Und für den Showman von Kempelin, der hunderte von Jahren später immer noch im Mund und im Podcast erwähnt wird, ja nicht nur bei uns, sondern weltweit ist dieses Thema immer wieder von Interesse. Also da sieht man doch, was für einen Impact, neudeutsch gesprochen, für einen Einfluss der Schachtürke hatte. Und wenn ein Narrativ gut ist und ein Objekt gut ist, dann überdauert es auch die Jahrhunderte. Und insofern ist auch der Name der Schachtürke sehr, sehr liebevoll in diesem Fall gemeint. Wir haben ja auch versucht, das für euch historisch einzuordnen, warum der so ausschaut, wie er ausschaut und warum man ihn im Volksmund halt so nennt. Ich fühle mich ein ganz bisschen wohler mit der etwas längeren Umschreibung automatischer Schachtspieler von Kempelin, aber das ist halt auch in der täglichen Konversation dann ein bisschen lang. Hätte auch keiner gewusst, wenn wir die Folge so genannt haben, dann wäre lange darüber überlegt, dann wäre der Schachtürke oder nicht, aber dann hätte ja keiner gewusst, um was es geht. Genau. Und ich hatte es neulich in einem Ferngespräch, als wir über künstliche Intelligenz gesprochen haben, schon erwähnt. Ich bin halt, ich habe es ja vorhin auch gesagt, ein riesen Fan von Animatronics und ich finde diese künstlichen Delfine, die es jetzt inzwischen gibt, ich muss es einfach erwähnen, weil es so schön ist, ganz, ganz faszinierend und wundervoll, die durch ein AI auch im Schwimmen gehalten werden. Also sie sind nicht ganz komplett autark AI gesteuert, da sitzt immer noch jemand und steuert fern. Also es ist ein bisschen wie der mechanische Schachtspieler. Es ist immer noch ein Mensch beteiligt, der da irgendwie mitmacht, wenn diese Delfine Kunststückchen machen. Aber die sehen halt super natürlich und naturgetreu aus und sind vielleicht wirklich eine Möglichkeit, irgendwann mal für Parks, die sich das leisten können, zu sagen, wir schaffen jetzt die Tiere ab, die wir da halten und lassen sie in der Natur. Und wenn dann jemand einen Delfin sehen will, der irgendwelche Kunststückchen macht mit einem Trainer zusammen oder einer Trainerin, dann nehmen wir halt die Animatronics. Könnte man sich für Zoos im Allgemeinen auch überlegen. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wir hoffen, dass wir euch da einen Einblick gegeben haben. Wir werden euch eine ganze Reihe von Quellen und Links natürlich unter die Folge auf unserer Homepage setzen. Für alle, die das immer wieder fragen, wenn ihr uns bei YouTube oder bei Spotify oder was weiß ich, der Geier, wo ihr uns überall hören könnt. Die Quellen findet ihr immer auf Huxilla.com und dazu regen wir auch immer wieder an, dass ihr anfangt, in den Quellen selber nachzulesen. Es gibt auch ein sehr gutes Buch über den Schachtürken, da werden wir euch das verlinken. Wenn das interessiert, dann kann man sich da auch gleich ein Buch zu durchlesen. Das muss man nicht vorher kaufen, dann kann man es lesen. Aber gut, immerhin. Und wie bei allen Themen, glaubt nicht nur uns, sondern schaut in die Quellen, die wir hatten. Und dann davon ausgehen, kann man natürlich auch weitere Quellen studieren. Das ist ja sowieso der Trick an der Geschichte. Immer Quellenkritik betreiben. Ja, ich glaube, wir haben es aber erschöpfend, glaube ich, beschrieben, den Schachtürken. Hoffen, dass der im einen oder anderen vielleicht was Neues geboten wurde zu diesem Thema. Wir wissen ja, Huxilla-HörerInnen sind immer sehr gut informiert, werden gedacht haben, ach, Schachtürk ist bestimmt langweilig, das Thema. Vielleicht war was Neues für euch dabei. Lasst es uns wissen. Kommentiert an geeigneter Stelle doch mal, was ihr dazu sagt. Und jetzt möchte ich aber bitte von ihr wissen, Alexa. Was hat das mit Koffern und Badewannen zu tun? Das müssen wir jetzt mal bitte aufklären. Ich fahre jetzt mal den Jingle ab. Die Auflösung Ich glaube, am wenigsten merkwürdig wird es, wenn ich einfach sage, was jetzt Phase ist mit dieser komischen Geschichte mit den Hotelzimmern und der Badewanne. Mach Phase, Frau. Also diese Anzeige, die das besagt, dass man, wenn man eincheckt in ein Hotel und in ein Hotelzimmer kommt, dass man dann seine Koffer sofort in die Badewanne stellt. Ja. Gibt es. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich diese Anzeige dann anguckt mit den Hotel-Tipps, dann findet man nichts, was darauf hindeutet, warum man das machen soll. Das heißt, das ist einfach Clickbait. Das ist Punkt eins. Die Anzeige gibt es, aber sie ist Clickbait. Okay. Aber ich habe, das werden wir euch natürlich auch verlinken, diese Geschichte von Snopes.com. Und die sind ja bekannt dafür, dass sie sowas nicht einfach auf sich beruhen lassen. Das heißt also, die tollen Leute, die da arbeiten, haben gesagt, ja, aber warum denn jetzt? Können wir das irgendwie rausfinden? Und dann haben die in der Recherche gestartet und haben tatsächlich herausgefunden, warum das ein Tipp ist, der für Leute geeignet ist, die, weiß ich nicht, irgendwie Fernreisen machen und dann in ein Hotelzimmer kommen, warum das wirklich Sinn machen könnte. Und der Grund ist, jetzt kommt es endlich. Bettwanzen. Hä? Bettwanzen. Es macht unter Umständen wirklich Sinn, wenn man in ein Hotelzimmer kommt, entweder die Koffer kurz auf dem Flur stehen zu lassen oder sie in die Badewanne zu stellen. Da gibt es sogar den Tipp, dann dafür Müllsäcke mitzunehmen, wenn man das dann nicht direkt in die Badewanne stellen will, den Koffer, der ja überall gewesen ist, den dann auf einen Müllsack zu stellen und dann loszugehen und das Zimmer nach Bettwanzen zu durchsuchen, bevor man seinen Koffer auf dieses komische Gestell für die Koffer legt. Damit man die nicht mitnimmt. Genau. Ach was. So, das ist das Rätsel's Lösung, weil die nehme ich auch ganz gerne mal, also nicht nur ums Bett rum und in, also um die Matratze und Bettzeug und ich weiß nicht was, sondern auch erst recht bei diesen Klappgestellen für Koffer mit diesen komischen Bändern. Da sitzen die halt auch ganz gerne mal und wenn man dann den Koffer da drauf legt, dann läuft man halt Gefahr oder erst recht auf den Boden legt, das Ding, läuft man halt Gefahr, die sich einzusammeln. Wobei die halt hier auch schreiben, dass dieser Hype, dieser Bettwanzen-Hype, den es vor ein paar Jahren, ich glaube inzwischen ist es schon einige Jahre her, dass das mal durch die Medien ging, den es ja mal gegeben hat, wohl so schlimm nicht war. Also es gab da wohl viele Berichte von Hotels, die ein Problem damit hatten und ich glaube, wenn die sich einmal irgendwo festgesetzt haben, dann ist das auch nicht so toll, die wieder loszuwerden. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich sowas in einem Hotelzimmer einzufangen, ist dann wohl nicht ganz so riesig. Also wenn ihr da draußen andere Erfahrungen gemacht habt, kommentiert es mal unter die Folge, lasst es uns wissen, eure schrecklichen Bettwanzen-Geschichten. Weil ich hätte jetzt nämlich bei dem Punkt Bettwänzen nämlich gesagt, aber dafür gibt es doch die Gestelle, aber wenn die natürlich auf diesen Gestellen aussitzen, dann… Oder drunter unter diesen komischen Bändern. Ja, dann macht es natürlich Sinn. Genau. Ja. Heidunai. So. Lange Geschichte, kurzer Sinn, ist eventuell ein sinnvoller Tipp, aber wie groß die Wahrscheinlichkeit von Bettwänzen ist, weiß ich nicht. Damit hast du mich jetzt auch gerade gedanklich so ein bisschen aus der Kurve geschossen, ganz ehrlich. Da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken. Wir sind am Ende der 298. Es ist unglaublich, wenn ich diese Zahlen sage. Der 298. Folge im zwölften Jahr von Hoaxilla aus dem dritten Studio. Auch das können wir ja nochmal erwähnen, wenn wir so ein bisschen mal nach hinten gucken. So um die 300. Folge müssen wir sowieso dann nochmal machen. Aber das ist schon alles sehr, sehr verrückt und trotzdem Themen zu haben und nach wie vor schickt ihr uns das alles nochmal auch der Hinweis und die Bitte, wenn ihr uns Themenvorschläge geschickt, am allerbesten ist es, wenn ihr uns die per E-Mail schickt an info.hoaxilla.com, weil ich mitunter, wie mache ich die Social Media Geschichten bei Instagram oder bei Facebook oder auch sonst irgendwo, wenn wir nicht direkt miteinander verbandelt sind, dann landen die ja immer in so einem Nachrichtenanfragentopf und da habe ich wenig Zeit im Moment reinzuschauen und dann kann es manchmal sein, dass gute Vorschläge auch mal monatelang unbeantwortet bleiben. Was jetzt bei ihm jetzt nicht gerade wirklich besser ist, auch da hängen wir wieder aktuell hinten an. Ja leider, es tut uns total leid. Ich habe ja eigentlich so einen der Gründe genannt, aber es soll alles besser werden, aber wir sammeln die zumindest und gute Themenvorschläge, wenn ihr uns die schickt, die kommen immer auf eine lange Liste und die Liste ist jetzt 298 Themen lang gewesen und ich glaube, die wird auch noch ein bisschen länger sein. Insofern vielen Dank dafür, dass ihr uns da mit Themenvorschlägen unterstützt, Feedback gebt, meldet, kommentiert. Die Leute, die uns auf YouTube hören, da gibt es auch eine ganze Menge davon, die da die Daumen hoch und Kommentare schreiben. Das ist gut für einen Algorithmus bei YouTube. Da lachen jetzt alle, die das über einen Podcatcher auf dem Handy hören. Da, wo man eigentlich ja einen Podcast hören soll, aber hey, wir wollen eben überall sein, wo wir Menschen erreichen können. Insofern ist das völlig in Ordnung, wenn ihr uns auf YouTube, Spotify oder sonst wo hört. Das freut uns sehr und natürlich ein besonderes Dankeschön erneut an all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Ob es ein Euro ist, ob es 20 Euro im Monat sind, vollkommen wurscht. Da hilft alles ganz, ganz doll. Und dass wir hier so schön sitzen können, mit guter Technik, das aufnehmen können, was wir hier gerade wieder aufgenommen haben. Das ist euch hier im Wesentlichen zu verdanken, denn alles, was hier rumsteht, ist inzwischen auch von eurer Unterstützung finanziert worden. Insofern vielen Dank auch nochmal dafür. Und wer uns nicht unterstützen kann, muss kein schlechtes Gewissen haben. Das ist halt sozusagen ein bisschen wie die GZ. Oh Gott, das finden wir da alle ganz schlimm. Aber ich finde das super, dass wir Menschen haben, die uns unterstützen, damit Menschen, die gerade finanziell nicht so gut dargestellt sind, trotzdem Huxilla hören können. Und Huxilla bleibt kostenfrei. Um das auch nochmal so zu sagen, wer jetzt denkt, oh ja, Abfolge 300 sind hinter der Paywall, wird nicht passieren. Das können wir auch nochmal sagen. Genau. Und ihr seid eine wirklich wundervolle Community da draußen. Einen riesen Dank an euch und ja, es macht einfach Spaß für euch, mit euch, wie auch immer zu podcasten und wir hören einfach nicht auf damit. Genau. Und ganz bald für uns, für euch, wer weiß, wenn ihr das in zehn Jahren hört, wann diese Folge wird, gibt es dann die nächste Episode von Huxilla. Die liegt hier auch schon auf Halde. Die muss dann nur noch aus dem Mund ins Mikro, in die Aufnahmespur und dann in die Servergeräte dieser Welt geladen werden. Kommt dann ganz bald, auf jeden Fall noch im Juni. Und wir wünschen euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Omikron ist immer noch da. Hurra, hurra. Und natürlich, immer schön skippisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf uxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. docs. Musik 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 Musik